So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Finals. Heute sehen wir uns wieder eine neue Waffe an, zumindest ist sie für mich neu. Und zwar die... SA-1216 Eine Schrotflinte. Eine schnellfeuernde automatische Schrotflinte mit Vierfachmagazin. So. Diese Waffe hier ist sehr interessant. Man sieht vielleicht hier unten dieses... Ja, in vier Sektionen geteilte Rohr unter dem Lauf der Waffe. Das ist das Magazin. Man kann also diese vier Reihen einmal leerschießen und erst dann muss das komplette Magazin wieder ausgetauscht werden. Ist eine interessante Idee. Äh, ja. Mal sehen, wie es sich so in einer Runde verhält. Okay, dann gehen wir mal rein in die Runde. So. Yo. Einfach so ziemlich am Ende der Runde reingeworfen. Ja, fantastisch. Ey, jedes Team hat schon 10.000 auf dem Konto. Ja, das hier ist die Waffe. So sieht sie aus. The Kingfish have a cache out in the works. Grenade out! The fish have grabbed the advantage. Platt to the mine! Mine to mine! Okay. 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 Ach, nee. Dem laufe ich nicht hinterher. Ach, dann wobei? Wie das? Ja, sieht gut aus. Ach, Himmel. Ja. Was ist das überhaupt für ein Boot? Den hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Oh, warte. Das ist das, dieses, dieses Hotel-Ding. Doch, den hatte ich schon mal. Ja, das ist der mit dieser dreckigen Zipline. Ah. Wo man immer nie weiß, ob da noch ein Glas vor ist oder nicht. Das ist ein, der Rocker ist. Ten Sekunden left. Time's up. The curtain falls on this match. Hm. Hey, das ist wieder so. Ich hasse es, in eine laufende Runde reingeschmissen zu werden. Okay. Ja, das sieht schon besser aus. Auch wenn jetzt zwei Light-Charaktere, die beide ein Schwert nutzen, keine allzu idealen Teamkollegen sind. Aber gut. Mit meinen Schleimgranaten werde ich denen schmale Gänge besorgen, in denen sie die Gegner einfach wegwerfen können. So nämlich. Okay, erster Tresor, ja, ist nicht gerade auf unserer Seite, aber geht. Wir sehen uns, wie die Koll, denn die Arena ist ein regularer Schneuscape. Wir sehen uns, wer unter Druck ist. Die Arena sieht aus der Showroom-Floor aus. All ready für unsere Koll-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor-Floor. Es geht hier ab. Und ich denke, ich bleibe bei meiner allgemeinen Meinung. Ich mag den Heavy nicht. Ich mag den Heavy wirklich nicht. Der ist mir einfach zu schwerfällig. Und auch die Waffen vom Heavy, ja, so eine Shotgun, dann dieser Hammer, mit dem man alles platt machen kann. Das ist nicht so meins. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir wirklich nicht. Oh lol, falsche Richtung. Oh Gott, Shotgun hier, die... Let's see whether the last member of the Retros will attempt to revide. Er fällt mir nicht. Äh. Ich werde das immer nach. HörgИficshنige Nachfeine. Urgibat. W真Бs. Er дор redu getiriert. G bed in. Hörgüli... Böj囉. Ihr blöjt nö.. Das warлangen. Das war... Das annisba... Ich glaube, da ist Heavy nie im Leben hin. Wie will ich das machen? Explosive-Mindset! Das ist ein Mist. Das ist ein Blut in der Oberfläche. Explosive mine place! Explosive mine out! Two Grenades out! Throw in the tube! Aaaaaaahhhh! Was eigentlich? A move that definitely sets the stakes higher Scotty. We have an event coming up in the arena, and our contestants will probably need to approach things a bit differently out there. Look it up! Go and take them! Go for that thing! The leader's got a malicious laser on the lookout for idle contestants. Keep moving or pay the price. The mighty's last remaining contestant is under some pressure out there. It's all over folks! That's a wrap! Und schon wieder eine laufende Runde. Fantastisch. Let's see if the last member of the Tough Shells decides to travel up while they're alone out there. Ja, genau! Was ist das? Er verarscht mich doch! Von hier komme ich halt gerade. Ahhhh! Das Teilt ist auch nutzlos. Diese Spielart ist auch absolut eudig. Das appreciate ich in keinster Weise. Problem ist, ich muss halt irgendwie mit dem Teil zu B oder C. Und der hat mich geschossen. Fantastisch! Was wurde ich da jetzt betäubt? Die Socialites sind zurück in der Arena, Leute! Nur zur Sicherheit. Okay. Wir gehen in die andere Richtung. Okay. 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 Die Big Splash sind zu Beginn ein Rippel-Effekt. Sie haben die Vault 3 öffnet. Die Zip-Line hier wird ich fast schon... Die war hier? Was ist denn? Wo geht da hin? D. D. Inter-Rei-Sum-te-Va- D. 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 Das ist absoluter Wahnsinn. Die Shotgun ist absoluter Dreck.